was geht ab und so nehmt haben trockenen kräftige 13 neue spiele wird der wachst und ja in der letzten Folge haben wir Trouble in my village gespielt und ja jetzt geht's los ja jetzt muss wir wieder einschwitzen Leute die Bespätwurst ist immer so ein spitzer Gehirn vor allem nicht die richtig was so hört sich auf der Heizmann erinnert sich an die letzte Folge oh wieder die Map da wo wir jetzt erstmal gesucht haben wo ich die Berliner Mauer vorgebaut habe genau macht die nochmal in pink wir sind ja wir sind diesmal gelb Gold nicht gehüllt ok Leute wie immer ich sammle ich hinter dir ok lass erst mal mit Gas einbauen dann müssen wir schon mal einen Schuss haben nein ich baue mich erst mal hin okay aber Bett baue ich auch noch gleich ein so jetzt darf es halt nicht backen ähm ok blau ist direkt neben uns die haben noch nichts eingebaut ich baue mich direkt zu blau die versuchen erstmal ihr eigenes zu Bett zu verstören hast du du liest irgendein Equipment ne aber ich greif die an ich hab keine Rolle mehr Leute diesmal hat der Server nicht geleckt egal ähm also die raschen wir jetzt gib mir hier 5 gib mir 5 gib mir 5 ich muss doch ich hab gedacht wir bauen einen ja grade up grade up grade up ich schau ich ich Statements ähm Steve ist dumm schlägt die ganze Zeit rum äh da ist noch ein gescheiter aber die haben keine Chance gegen euch Leute Leute guck mal guck mal die bauen ihr Bett mit Holz ein Scheiße ich brauche eine Axt Leute ich brauche 10 dafür okay die sind schlau okay äh gib mir ähm gib mir mal bitte ähm dann eine Axt gib mir eine Axt grade aber erstmal ab ähm noch Eisen wie viel hast du? ich hab 2 ich brauche aber 10 acht komm 2 noch raus bitte sag und sag und jetzt grade ab schnell 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 ja Liga Steve ist so dumm ey ist der Steve ist so dumm ich will ja nix gegen den aber guck mal der greift uns gerade an gell warte schnell ich brauche ich brauche ein Schwert er hat sich fast tot oh 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 Scheiße ich hab keine Waffe der YOLO ist der krass er hat uns gekillt er sagt halt was Alter du sagst aber auch nichts ne dass der schon unser Bett einbrot er hat auch gesagt der attackiert okay ich dachte es wäre gut gewesen Lull aber der Steve hat uns gerade echt ernsthaft gekillt regeln das jetzt YOLO vor allem wir können uns ja trotzdem noch einbunkern so ist es ja nicht sonst muss ich noch einen Not-Luss-Bunker WAS AHHHHHH EI 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 ok sprüge runter nächste Runde Leute das ist nicht mehr zu gewinnen Jei ok pfh scheiße Runde Leute aber wir haben gut geschafft nur das Problem ist da Philipp ist PvP-technisch noch nicht soo ich hätte halt ich hätte halt Rushen aber ich wollte nur noch die Axt haben sonst hätten wir den gekriegt Leute wir müssen einfach krasser sein jetzt so machen müssen wir uns machen müssen erst mit glas einbauen dann holt also erst holst du dir waffen ich baue dabei mit glas ein nicht glas mit wolle glas geht schneller kaputt als wolle und wenn dann mit holz wo haben die holz wo haben die holz hier du hast gesagt es kostet gold aber gold spawnt gar nicht wie das hat ja auch nicht gold gekostet ja das hast du mal gesagt dass das gold kostet ja deswegen habe ich jetzt immer gedacht das kostet gold und deswegen ja aber nicht okay ein halber speck kostet sechs eisen ich bin scheiße es dauert immer so lange ich hätte gern so ein russia bedwurst wo richtig schnell sporen und wir greifen gleich die leute an hier ja ich bin ja das oder sagt mir diesmal früher wenn wir jemand kommt und wenn ich wenn wenn du stirbst sagt gleich wenn du stirbst und nicht nicht zehn sekunden später weil dann denke ich nein nein nicht okay okay aqua verhält sich verdächtig ich glaube dass wir sind rot wieso hast du da pkwolle da kannst du dich wieder bebeten melden beim okay wie viel kostet noch ein bisschen holz geholt hat ein scheiß eisen digger an die an dieser wohl erst abgarten oder warum nick mir die ganze köpfen okay du hast was an die rock'n'roll musik an oder warum nicken wir die ganze mit den köpfen ich will ja leute 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 kommen wir machen jetzt hier schön geschichtet ja und ich baue mich gleich rüber aber wir machen es schlau leute hier wie ich du tust dann werden das nicht kurz schön also ich baue mich erst mal rüber mach jetzt erst mal ein sammender upgrade hier ja die bauen sich rüber die bauen sich rüber statement die bauen sich rüber ich habe ich habe ich habe ein okay er hat rein check hat man gemerkt das ist nicht lächer entweder der hackt aber ich habe eingekillt und der kann uns pass auf der gibt mir schon mal schwert und blöcke wenn du dich hast und sagt sagt wenn er da ist wir sind am arsch nein nein ich habe ein schwert ich habe ein schwert und ich habe keine angst warum sich drüber bauen weg achtung haut ab nein machen okay ich habe ihn aber noch gekillt okay das immer schön rein schwitzen leute ich schwitze jetzt einfach rein ich kann uns jetzt das wird besorgen pass auf die können uns pushen ich ich baue mich rüber jetzt hier ist schwer ich habe mir habe schon schwer passt schon aber das kannst du ja ich habe auch zwei ich bin so blöd der chat ist halt so fett kann man nicht kleiner machen der nervt der chat ich schwöre ihr den nervt gelb kommt gelb kommt gelb kommt er hat mich wo ich bin ich bin schon da bin sehr tot okay mein pool mein pool würde wir sind hier richtig gerade am schwitzen ich bin gerade richtig gechillt wir sind die einzigsten die reine schützen auch wieder zu und jetzt jemand einfach wie kriegt man mich aus so einer gilt wieso haben die die manchen geht schon jemand wusste ich würde schnell auf aufhören mit der rüste sagt halt früher dass da jemand ist du sagst halt nie was wenn da jemand ist was ist unser bett kaputt wieso ist unser bett kaputt wir müssen einfach rein schwitzen wenn du besser ein pvp wird werden wird werden werden wer sein wer das würdest könntest du dich in die mitte bauen ich könnte da weil die angreifen weiß was ich mein dann könntest du für uns rüstung sorgen aber leider ist halt ich deswegen spielen wir genug diesmal diesmal auch diesmal die spielte ich schwöre dir ich schneide jetzt nur die geilsten rund reinge also leute ich glaube bis jetzt habe ich noch nicht dann schneide ich noch nichts kein so ich weiß nicht ich ich streite einfach alles rein was ich will ich nehme einfach dass ich das habe ja warum ich nehme ich immer gleich rüber herflächen leute es kommt alles ins video ja und ich gehe recht vermittelt wie du soll zeigen wie wir spielen ja ich möchte auch die schlechten runden zeigen einfach so aus dem grund es gibt selten gute runden jeder der uns killt ja wir sind wie spiel viel zu wenig mein kopf klar müssen wir meinen kopf immer zu vordergrund ja ich gehe mal gleich zu den jemanden leute aber ich leute ich kann so gut bauen ich kann so gut bauen das sieht ihr doch selber aber aber immer wenn ich gut bauen kann also ich baue ich habe ich habe in den letzten tagen habe ich jetzt wieder übel skills und wenn ich dann mal und wenn ich dann mal ja und wenn ich dann ich will da als erstes sein gib mir blöcke gib mir blöcke nein nicht upgraden blöcke geben die dürfen nicht rüber kommen gibt mir blöcke gibt mir blöcke schnell schnell der gelbe hat sich gerade so geklitscht in nummern du hättest schneller machen und die kratzen einfach okay 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 kannst du sie mit der faust äh kannst du sie runter fisten ja fisten fisten tot einer ich hab's bett ich hab's bett ich hab's bett habe zwei noch gekillt oh ich bin runtergefallen ich habe zwei gekillt oh mein gott okay dann gehe ich zur diamantquelle alter guck dir in den chat rein ich bin einfach runtergefallen idiot ich hab ein bier ich hab ein bier ich hab ein bier geil 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 geist ist krank du hast schon zwei gemacht nur eins haben wir was haben wir eine 1 hilfe mal rüber zum rüber bauen digga das musst du selber schaffen jetzt komm spawne mal hier so zack so ach mein alter statements statements äh blau okay okay grün 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 ist bei orange grün ist bei orange okay will pushen will pushen will pushen sofort hingehen lass ich mir nicht gefallen okay bin runtergefallen wenn du den jetzt nicht kriegst echt hast du dich okay wir sind tot leute wenn wir jetzt sterben war doch logisch es ist aber auch nicht anders zu lösen so jetzt kommt sie jetzt kommt diese blöde kuh ich hab ich hab nichts ich hab gar nichts ich hab blöcke wieder ist die afk oder sie wartet bis wir reingehen ja sie wartet das ist gerade nicht erzacht film sind die tod gestürzt oder die kriegen das jetzt zurück ich gehe jetzt zu denen ich schwörst du ich lass mir sogar ich will jetzt ich will jetzt ich gehe jetzt volle wucht auf die notbunker ja scheiß drauf ich gehe jetzt richtig hier in den pp ich hab grün ich hab grün also ich hab den einen grün noch gekillt und den roten also beide ich glaube rot rot versuch zu pushen ja ich hab 5 diamanten ich hole jetzt schön ein bogen oder brauchen wir für upgrades brauchen wir upgrades achtung ja hab rot rot ja ok ich ich es hilft nichts mehr ich brauche bogen jetzt komm alter ok leider ist philip tot leute rip philip kommt ich werde jetzt noch versuchen ein Bett abzubauen so auf push technisch lol grau macht einfach unsere taktik bauen sich da einfach die mauer hin okay leute geile geile runde nächste runde es war eine ziemlich geile runde ich sollte sich auch direkt wieder am denken einzubunkern ja wir müssen wir müssen aggressiver spielen wir spielen viel zu unaggressiv wir müssen noch mehr konzentrieren defensiv defensiv ja wir müssen einfach mehr pushen und aggressiver uns bewegen wir müssen viele bewegungen in kürzester zeit ausführen okay ich liebe diese man nicht ich helfe leute wir machen durchschnittlich immer drei runden im video wir haben jetzt aber schon mehr kommt immer darauf an wir müssen immer so wie 15 minuten aufnehmen weil ich schneide ja noch die leiden lücken aus leute dann sind wir genau zehn wenn ihr mal ein video haben wollt wie ich schneide ich würde ich schneide video wirklich sehr schnell ich bin immer flott im schneiden und wie ich das hochladet und alle informationen rund ums youtube seht ihr in einem extra video wenn ihr wenn euch das interessiert schreibt es in die kommentare wenn ihr natürlich das video bis jetzt anschaut also es euch interessiert mein als ich will wahrscheinlich auch neben kanal machen also halt neben kanal zu neuen kanal und der wird wahrscheinlich also ich habe vor ab weihnachten oh mein gott oh mein gott aber es waren nur noch drei blöcke weihnachten zu starten ich hatte mich überlegt leute ich mache noch ein zweitkanal mit drei anderen freunden jetzt mit dir noch vier dann sitzt drei insgesamt mit dir zusammen ja nice und da werden wir let's plays machen und die werden alle gecuttert natürlich natürlich weil ich leute mit primäre pro muss man einfach also wir jetzt nicht sagen der master of cut ja ich bin master of cut pass auf dass uns keiner push okay bau das bett mit holz an ja ich push die mal weil die haben nicht so das auge auf uns wir haben nicht so das auge auf uns ich bin runtergefallen blöcke ja okay ich will nichts sagen aber es ist nicht so ein rusher bett muss ich ganz ehrlich sagen es ist eher so ein wie soll ich es nennen hast du schon auf der grail drei nimmst du äh nein ich hab auch nur noch acht ich hab auch nur acht okay ich muss mich jetzt beeilen wir haben immer noch nicht unser bett eingebaut alles klar ich brauche einen block und fall runter ich baue ein block und fall runter weil ich zu dumm bin dafür einen block leute das ist kein gameplay mehr das ist kein gameplay mehr das kann man so nicht liefern wir müssen müssen kranker spielen einfach nur kranker einfach nur geistes krank krank spielen hast du schon holz gekauft auch gerade ein ich versuche nicht gerade drei miteinander habe ich glaube ich jetzt schon rüber gebaut junge es backt halt in diesem server so so wenn ihr mal wenn wir mal sehen wollen wie ich und nur einmal forza spielen dann schreibt uns in die kommentare genau forza hätte ich auch schon mal bock auf gehabt aufgehörner alles klar ich kann das video aufnehmen wie ich mir den einen lotus kauf glaube ich weiß nicht ob es ist aber der kostet 5 millionen ich schwörde der lotus jetzt geht's rüber leute jetzt es wird grey gekillt aber auch die haben mann hier geholt grace so richtig los gerade und wir schon geholt nein ich bin doch gerade bei geht doch jetzt dazu gray unser gegner bett richtig hat ein upgrade bett ich wollte so richtig dick holz ein ab den ich glaube die acht macht ja die axt macht einfach weniger schaden was tut es gerade nee das war gar nicht okay gray komplett los drei komplett los leute tut mir leid an den leute also tut mir leid aber das ist gegen die bibel gegen die badwoss bibel ne war ne spaß ich dachte schon ich falle jetzt rund um die badwoss bibel ok ich geh gleich mitte main main base äh main 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 mainway ich hab mainway gemacht ok ich hab einfach nur die ganze welt ich wurde gekillt ok ich wurde gekillt von android ich hab einfach so ein bisschen aus unserem bett habe ich eigentlich nur einen fetten holzkasten gemacht Achtung wir werden gepusht wir werden gepusht wahrscheinlich wir werden gepusht wahrscheinlich von pink eh pink wird nicht gepusht äh pink war ich glaube ja wir werden gepusht achtung blau aber dicke ich hab so dick mit holz ACHTUNGEE BASE GEPASE 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 GEP AHHHHH geh hoch bett geh hoch bett ok danke philip dass du was machst danke philip wirklich danke an dich dass du nicht in der base bleibst ja geh halt zu tschüss das war's mit dem Video bis zum nächsten Mal